Was geht Leute? Sokisschen und so willkommen zu kleinen Kommentarier und es geht schon zur Sache Digga, MB2 Nuke, 75 Sekunden Nuke, Digga, auf der Map Scrapier, Alter, war schloss, hier war schloss, beast wieder weg, aber es war nie weg, das beast Digga, Spaß beiseite, UMP Scrapier, Bodenangriff, MB2 Solo, Solo 75 Sekunden Nuke, also kein Support oder so, und gibt euch das, eben, MB2 Digga, mit der AC, eigentlich bin ich kein AC Spieler, aber die AC hat auf der Map geöffnet, ich bin, ich kann nicht so gut mit der umgehen, dass die Spielsinnige, aber ich will jetzt anfangen mit der Spielsinnige, weil einfach, die AC Digga, die macht nur Multis, jetzt kann ich mir ein Gameplay sehen, also ich glaube ich habe 3, 4 Multis gemacht, also, guck mal, Harry hat gleich mal einen geholt und es passt nochmal, BAM, noch einen Digga, ne, Double, Double, jetzt, ich gehe hier gerade ins Haus, und da kriege ich meine AC Digga, und dann geht's ab Digga, mein Gott, Ah Gott, es schaut so wieder zu viel Digga, Mann, Überschluss mit mir, Alter, guckst euch das an, BAM Digga, chick, und noch ein Multikill und jetzt, machen wir 2 Kills, und dabei die 75 Sekunden, und, Philipp, hat sich gefallen, cybern, so, f regen, ich bin da mal weg, Untertitelung des ZDF für funk, 2017